Hier gab es auch eine Stelle, die ist mir richtig hart auf die Eier gegangen. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt besser hinkriege. Als das letzte Mal. Da hing ich echt lange. Da hat jemand gelacht. Moment. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Na gut. Ich dachte, ich hätte jetzt noch was Tolles gefunden. Wie gesagt, das Spiel ist feucht. Das ist feucht aus. Kann ich von hier schon? Ne. Auf jeden Fall steht da einer. Da läuft einer rum. Ich freue mich nicht auf diese Stelle. Ich habe den ganzen Regen auf den Kopf gekriegt. Das ganze Sutsch, der da drin ist. Ich müsste auch noch mal Ritter aus Leidenschaft gucken. Der Film ist auch ganz cool. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier hoch. Okay. lokalisieren. Wir müssen im Garten einen sicheren Haltepunkt für das Seil finden. Der Pavillon passt zu den Parametern. Gut. Dann bringen wir das Seil an. Meine Bolzen auf den Ankerpunkt. Ja. Ja. Geschafft. Alistair, du musst hier bleiben und mir den Weg zeigen. Wenn ich drin bin, kommst du auf mein Zeichen rein. Also gut. Aber Vorsicht. Meine Schwester wäre untröstlich, wenn ich allein zurückkehre. Was sie nicht weiß, kann ihr nicht wehtun. Läuft jetzt zwischen den beiden was oder nicht? Ich verstehe das nicht so ganz. Also zwischen Isi und ihmchen hier. Ist so weisiglich. Wo ist das? Jetzt müssen wir gleich dreidrücken, glaube ich. Ja. Warte. Ja. Tod. Jo. Läuft. Also ich fand, ich habe sehr gut Dreieck gedrückt. Nein. Wo ist das? Whose Footprints? Was ist denn das? Das letzte Mal habe ich die ganzen Pfeile verschossen, aber ich glaube, ich hebe mir die jetzt auf. Was ist hier hoch? Da vorne ist der. Ich hoffe mal, dass da... oh nein. Super. Wo glaubt denn der andere? Der eine Spacko ist eben grad bis hier vorne hingelaufen. Wo bleibt der? Okay, den kriegen wir. Also ich meine, dieser eine Typ... Da ist er doch. Wo läufst du lang? Also ich meine, hier in diesem Bereich hätte ich den Schlüssel geholt. Das ist schön, dass er jetzt wieder hier hinkommt. Das wird jetzt sehr langwierig hier. Aber vielleicht hat er ja schon den Schlüssel. Das wäre sehr schön. Aber ich weiß ja nicht, wo ich mit dem Schlüssel hinlaufen muss. Ich weiß ja nicht, wo ich mit dem Schlüssel hinlaufen muss. Ich weiß ja nicht, wo ich mit dem Schlüssel hinlaufen kann. Ich weiß ja nicht, wo ich mit dem Schlüssel hinlaufen kann. Da kommt einer. Ich hoffe mal, dass der bis hier vorne hinkommt. Ich hoffe mal, dass der mich jetzt nicht sieht. Ja, 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 ja. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, dass der bis hier vorne hinkommt. Hast du einen Schlüssel? Hast du einen Schlüssel? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob die bis hier runter gucken können. Das wäre halt mega scheiße. Hm. Da oben steht auf jeden Fall jemand. Jetzt geht er wieder weg. Also hier brauchen wir Schlüssel für, hab ich den? Nein. Bezirk durch Stromausfall angelegt. Ah, das war bestimmt diese Bombe, die wir da gezündet haben. Können wir uns hier immer Munition nachholen? Ja, die stört mal gewusst, ne? Na gut, jetzt haben wir 15 Schuss, glaube ich. Da kann ich ja mal ein bisschen rumwallern, ne? Oh. Du kannst noch Warn durchsuchen. Ich glaube, es sind niemals zwei Wachen, die auf einem Platz rumlaufen. Also da kreuzen sich, glaube ich, nicht in ihre Wege. Meine ich mal. Ich habe den Schlüssel. Ah. Muss ich nur aufpassen, dass mich keiner sieht. Wenn ich das nicht mehr schmutzte. Ach. 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 Nee, ich glaube, der Schlüssel war auch hier. Meine ich mal. Können wir jetzt hier nochmal nachladen? Nee, schade. Schade, schade. Hätte ja sein können. So. Das ging ja mal ganz gut. Noch. Also das ist ja noch mehr Stealth. Gedöns. Nochmal ist das geschehen. Gedöns als in dem Flugschiff. Gedöns, Zeppelin. Ich habe da gerade jemanden gehört, als ob der das mitgekriegt hat. Hm? Ja, willst du mal ziehen? Danke. Gucken, ob ich den hinkriege. Ich glaube, ich habe den getroffen. Triff dich mit Luken. Wie konnte man sich das denn nochmal anzeigen? Ach, stimmt. Der steht da oben irgendwo. Irgendwo lief da oben noch einer lang. Oder es war er hier. Oder es war er hier. Oh, okay. Guten Tag. Okay, dürfen wir das hier jetzt aufmachen? Ja! Das kann ich aber fix. Bis zum nächsten Mal.